Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, noch größere Fische auf Spießer. Die könnt ihr einfach abgeben bei Tavio, allerdings müsst ihr dafür etwas erfüllen. Und zwar, Zusammenfassung der drachen Inseln, Duskar von Iskava. Ihr müsst Wunschstufe 18 erreichen. Ich fang Harpune 2. Das ist diese Quest hier. Nochmals zur Sicherheit abzugeben bei Tavio, immer zu blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.